USA testen Anti-Schwerkraft-Flugzeuge. Manche Geheimnisse werden so gut gehütet, dass man sie kaum glauben kann, wenn sie schließlich gelüftet werden. 1955 wählten die CIA, die US-Luftwaffe und der Rüstungskonzern Lockheed Martin einen äußerst abgelegenen Ort in der Mojave-Wüste im Süden Nevadas als Testgelände für das neueste und fortschrittlichste Flugzeug, das die Welt je gesehen hatte. Wüste Nevada, Digga, da hast du auch Area 51, oder? Die in Area 51 getesteten... Tschüss, what the fuck is that, man? Flugzeuge waren so fortschrittlich und nicht von dieser Welt. Jedem Sichtungsbericht stand jedoch ein Regierungsbeamter gegenüber, der versprach, dass es solche Flugzeuge nicht gab. MFD erzeugt ein Magnetfeld, das den Einfluss der Schwerkraft um bis zu 89% neutralisiert. Yo, miese Recherche, Digga, fühl ich? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, es spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt USA testen Antischwerkraftflugzeuge, das alle Gesetze der Physik außer Kraft setzt. Es geht in die miese Antigravitationsrecherche rein. Ich finde das Thema sehr interessant, deswegen gehen wir da jetzt rein. Ich weiß noch nicht genau, was uns erwartet, aber ich denke mal, es wird wild. Und ich liebe euch Freunde, lasst einen Daumen nach oben, da schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal. Und jetzt würde ich sagen, geht der Peter los, wie immer. Und los. Ein Flugzeug, das der Schwerkraft rotzte, das die Physik herausforderte, das die Welt prägte, in der wir heute leben. Oder das gar nicht existierte. Manche Geheimnisse werden so gut gehütet, dass man sie kaum glauben kann, wenn sie... Ich bin mir sicher, dass es irgendwelche Flugobjekte gibt, die wir noch nicht gesehen haben, die die irgendwo in Area 51 oder irgendwo entwickelt haben, die anders aussehen, anders fliegen und eine andere Technologie eventuell nutzen, sogar als die normalen Flugzeuge. Es ist doch immer so, dass die Technologien von Army etc. pp. immer viel weiterentwickelt sind als die, die das Fußvolk benutzt, weißt du? Sie verwischen die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion durch Vorgaben, offizielle Berichte, inoffizielle Gespräche und indem sie die wichtigsten Regierungsbehörden wie die CIA als bloße Marionetten benutzen. In diesem Video werfen wir einen Blick auf einige dieser Geheimnisse. Es ist die Geschichte der TR-3B-Manta und ihrer Freunde. Shit, ich wette mit dir, das ist auch viele von den UFO-Sichtungen, die so berichtet wurden. Die Erfindung von Maschinen, die Menschen zum Fliegen bringen konnten, war eine Neuheit, die die Welt für immer veränderte. Aber es war der Beginn einer der intensivsten Innovationsserien der Geschichte. Sobald fliegende Flugzeuge zu einem Kernbestandteil von Konflikten wurden, versuchte jede Nation, die gewinnen wollte, das Beste daraus zu machen. Schneller, höher, leiser, noch leiser, unsichtbar, noch unsichtbarer und so weiter. In den 1900 Jahren während des Kalten Krieges eskalierte diese Suche nach dem Gold der Lüfte in unglaubliche Höhen. Höhen, die man nicht einmal für möglich gehalten hatte. 1955 wählten die CIA, die US-Luftwaffe und der Rüstungskonzern Lockheed Martin einen äußerst abgelegenen Ort in der Mojave-Wüste im Süden Nevadas, etwa 130 Kilometer nordwestlich von Las Vegas, als Testgelände für das neueste und fortschrittlichste Flugzeug, das die Welt je gesehen hatte. Wüste in Nevada, Digga, da ist doch auch Area 51, oder? Dieser Ort sollte bald als Area 51 bekannt werden. Meine ich doch. Die düstere, unheimliche Area 51, die die Welt lieben und fürchten gelernt hat. Die in Area 51 getesteten Flugzeuge waren so fortschrittlich und nicht von dieser Welt, dass sie allein dafür sorgten, dass die Berichte über UFO-Sichtungen in den Vereinigten Staaten sprunghaft anstiegen. Sie sahen außerirdisch aus. Es gab nichts Vergleichbares. Jedem Sichtungsbericht stand jedoch ein Regierungsbeamter gegenüber, der versprach, dass es solche Flugzeuge nicht gab. Und diese Beamten waren bereit, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Welt ihnen glaubte. Dennoch verbreiteten sich in den USA Gerüchte, wenn man sie überhaupt so nennen kann, wie ein Lauffeuer, dass die Regierung und das Militär heimlich ein streng heimisch-schwarzes dreieckiges Flugzeug namens TR-3B einsetzten. Im Laufe des Jahres gewannen diese Gerüchte immer mehr an Gewicht, insbesondere als einige der geheimen schwarzen Flugzeuge von dem Gelände ans Licht kamen. Das vielleicht bemerkenswerteste davon war die SR-71, die berühmte SR-71 Blackbird. Sie war ein hochmodernes Spionageflugzeug, das in den 1950er und frühen 1960er Jahren entwickelt wurde, um mit unglaublichen Geschwindigkeiten und in unglaublichen Höhen über der Sowjetunion zu fliegen und Daten über die Aktivitäten des damaligen größten Feindes Amerikas zu sammeln. In den 50ern. Herauszufinden, was die Generäle aßen, wie sie lachten, welche Filme sie zum Weinen brachten und, auch nicht unwichtig, herauszufinden, ob sie planten, Atomwaffen auf die Vereinigten Staaten abzufeuern. Die SR-71 verstand diese Mission besser als jede andere, aber bevor sie sie ausführen konnte, musste sie erst geschaffen werden. Das Projekt Oxcart. Das 1957 gestartete Projekt Oxcart brachte zwei der schnellsten und am höchsten fliegenden Flugzeuge der US-Geschichte hervor. Die einsitzige Archangel 12 und die zweisitzige SR-71 Blackbird. Die erste fertiggestellte A12 traf im Februar 1962 in der Area 51 ein, Ich sag dir ehrlich, diese Flieger sehen viel krasser aus als die Zeiten von damals, ne? Die Flieger sehen aus, als ob die in die heutige Zeit reinpassen. Da muss man sich mal überlegen, wie weit die heute schon sind. Wenn die damals so eine JungsInnen am Start hatten. ...fertigten Anhänger, der fast 100.000 US-Dollar kostete, mehr als... Sehr kann. Was geht ab, bro? I love you, man. ...830... ...schwurbeldrüse, den Mahfucker, und los. ...1000 US-Dollar in heutigem Geldwert nach Nevada transportiert worden war. Um die Existenz der A12 geheim zu halten, informierte die CIA den Leiter der Federal Aviation Administration, der dafür sorgte, dass die Fluglotsen angewiesen wurden, schriftliche Berichte über ungewöhnlich schnelle, hochfliegende Flugzeuge einzureichen, anstatt solche Sichtungen über Funk zu melden. Nachdem die A12 eine Dauergeschwindigkeit von Mach 3,2 in 27 Kilometer Höhe erreicht hatte, wurde sie 1965 für voll einsatzfähig erklärt und flog ab 1967 Einsätze über Vietnam und Nordkorea. Im folgenden Jahr wurde sie zugunsten ihres Nachfolgers bei der Luftwaffe, der SR-71 Blackbird, ausgemustert. Ein zweisitziger Star war geboren. Die SR-71 war länger und schwerer als die A12 und verbannte dank ihres schlanken, spitz zulaufenden Designs und der schwarzen, radarabsorbierenden Farbe, Überschallgeschwindigkeit mit einem niedrigen Radarprofil. Digga, Alter, die Dinger sehen ja heftig aus. Das erste ist der Flugzeug der Welt. Am 28. Juli 1976 flogen Piloten eine SR-71 mit einer... Bro, das sieht schon aus wie ein UFO fast, ne? Auch orientiert irgendwie an den UFO-Vibes, Digga, bestimmt. Man sagt ja, man munkelt ja, dass mal ein UFO abgestürzt ist und dass sie dann Reverse Engineering gemacht haben, um rauszufinden, wie die Dinger fliegen und dann diese Technologien auch für ihre eigenen Flugzeuge genutzt haben. So, weißt du? So. Man weiß es nicht. Man kann sich das aber auch vorstellen, auf jeden Fall. Rekordgeschwindigkeit von Mach 3,3 oder umgerechnet... Was ist Mach 3,3? Dreifache Schallgeschwindigkeit oder was? Und 3500 kmh nach drei... Was entspricht einem Mach dreifache Schallgeschwindigkeit? Ja, 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 ja. Im Jahrzehnten hält dieser Rekord bis heute an. Mit 120 m pro Sekunde war sie buchstäblich schneller als eine Gewehrkugel. 120 m pro Sekunde? Kugel. Schneller als eine Gewehrkugel. Yo! 1990 wurde das schnellste Flugzeug der Welt ausgemustert. Es hatte eine herausragende Karriere hinter sich und sich einen Platz in der Ruhmeshalle der Luftfahrt verdient. So beeindruckend die Blackbird auch war, ihren Erfolg verdankte sie möglicherweise einem einzigen Flugzeug. Der TR-3B-Manta. Bruder, das ist jetzt richtiges Spaceship schon. Manta, Digga, Manta-Fahrer. Kennst du Manta noch von damals? Foot der Militärluftfahrt ist die TR-3B-Black Manta. Es könnte sich um einen gewaltigen Schwindel oder um das größte technologische Wunder Geschichte handeln. Das dreieckige schwarze Flugzeug wurde noch nie auf einem Foto festgehalten und seine Existenz wird von der US-Regierung offiziell geleugnet. Wie heißt das Ding? Technologisch... TR-3B-Black Manta. Black Triangle Ufo. Krasse Scheiße, Digga. Das ist nicht offiziell, ne? Aurora. Aber wenn du dir das letzte Flugzeug... Fliegzeug, wollte ich gerade sagen, das letzte Ding reingezogen hast, dieses Blackbird oder wie das hieß, ne? Es muss eine Weiterentwicklung stattgefunden haben, so. Das sieht mir wie eine logische Weiterentwicklung aus, auf jeden Fall. Manta. Es könnte sich um einen gewaltigen Schwindel oder um das größte technologische Wunder der Geschichte handeln. Das dreieckige schwarze Flugzeug wurde noch nie auf einem Foto festgehalten und seine Existenz wird von der US-Regierung offiziell geleugnet. Die US-Regierung ist jedoch dafür berüchtigt, die Existenz ihrer Premium-Jets zu leugnen. Zumindest für eine Weile. Nehmen wir zum Beispiel die SR-71 Blackbird, deren Existenz erst Jahrzehnte nach ihrem ersten Flug bekannt wurde. Jahrzehnte nach dem ersten Flug, siehst du? Also, offiziell existierte die TR-3B nicht. Aber inoffiziell, so behaupten viele Menschen, die sie gesehen haben wollen, und sogar Militärexperten, existiert sie definitiv. Tsch, tsch. Tja, richtig geraten. Sie ist unglaublich fortschrittlich. Zum einen besteht das Material, das das Flugzeug bedeckt, aus einem radarabsorbierenden Polymer, das seine Reflektivität, Radarabsorption und Farbe ändern kann. Dieses Polymer sorgt in Kombination mit mehreren elektronischen Systemen dafür, dass die TR-3B auf dem Radar so schwer zu erkennen ist wie ein winziges Modellflugzeug. Dann ist da noch die dreieckige Form, die, wie man an der B2 Spirit und der F-117 Nighthawk erkennen kann, unglaublich gut für die Tarnung ist. An den drei Ecken dieses Dreiecks, auf der Unterseite, befinden sich Turbofan-Triebwerke mit Schubvektordüsen, die Kurven mit hoher Gehkraft und einer schwindelerregenden Anzahl schneller Hochgeschwindigkeitsmanöver ermöglichen. Dazu gehören perfekte rechtwinklige Kurven und eine Hyperbeschleunigung, die das Flugzeug besser durch die Luft schneiden lässt, als speziell für Luftkämpfe gebaute Kampfflugzeuge. Der Hauptantrieb der TR-3B, ihr Antischwerkraftantrieb mit minimalen beweglichen Teilen, ermöglicht, Antischwerkraftantrieb, Bro. Wer glaubt, dass es sowas gibt schon? Antigravitations-Vibes, einzelnen Chat. Ich glaub schon, um ehrlich zu sein, ja. ... dem Flugzeug extrem leise zu fliegen. Vielleicht eine Erklärung dafür, warum Quellen das Flugzeug nur durch sein Licht oder seine Optik und kaum durch seinen Klang beschrieben haben. Diese Geräuschlosigkeit in Kombination mit der Tatsache, dass das von der TR-3B erzeugte Plasma die Radarsignatur des Flugzeugs erheblich reduziert, bedeutet, dass sich die TR-3B in nahezu jedem Luftraum eines jeden Landes einschleichen könnte, ohne von dessen Flugsicherungs- oder Verteidigungssystemen entdeckt zu werden. Dies macht sie perfekt für Missionen, bei denen Tarnung von größter Bedeutung ist, was in den 1990er Jahren fast bei jeder Mission der Fall war, da es zwischen den USA und der Sowjet... Das sind diese ganzen Bilder von diesen UAPs, von diesen... Keine Ahnung, warum die jetzt UFOs UAPs nennen, aber ist ja auch egal. Hier, das ist zum Beispiel eins von den Videos, wo auch dieser eine Typ vom Gericht gesagt hat in Amerika, dass der da UFOs gesehen hat, vom Militär und so, weißt du? Vielleicht ist das von der amerikanischen Regierung selber kreiertes Flugobjekt, Mann. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die wichtigsten amerikanischen Flugzeuge, die zu dieser Zeit entwickelt wurden, alle großen Werte auf Tarnung legten. Die F-117 Nighthawk, die B-2 Spirit und die F-22 Raptor haben sich wahrscheinlich alle etwas von der TR-3B abgeschaut. Alle drei Flugzeuge machten später eine steile Karriere. Und vielleicht war die TR-3B Manta genau dafür gedacht, als Testplattform für andere Stellflugzeuge, von denen man lernen und auf denen man aufbauen konnte. Vielleicht ist die deshalb am längsten geheim gehalten worden. Ihre Aufgabe ist die umfangreichste. Sie muss zukünftige Generationen von Luftfahrtechnik fördern, um sicherzustellen, dass die United States Air Force ihren Mitbewerbern buchstäblich und im übertragenen Sinne immer einen Schritt voraus bleibt. Ist es ein Antischwerkraft-UFO? Die TR-3B Manta wurde noch nie auf Kameras festgehalten. Sichtungen und Dokumente geheimer schwarzer Projekte sind die einzigen Beweise für ihre Existenz. Aber sie sind detailliert genug, um glaubwürdig zu sein. Während einige Quellen glauben, dass es sich um ein UFO handelt, haben andere diskutiert, dass die Manta ein Studienprojekt oder ein fliegendes Modell für den B-2 Spirit-Bomber war, während andere Quellen behaupten, dass es sich um eine Geheimwaffe des US-Militärs handelt. Viele dieser Quellen stammen von amerikanischen Experten, die auf einer geheimen Militärbasis in der Nähe der Stadt Groom Lake arbeiten und behaupten, die USA hätten bereits eine unvorstellbare Luftfahrttechnologie besessen und beziehen sich dabei auf die TR-3B. Während ihrer Entwicklung trug sie angeblich den Codenamen Astra. Wenn das angeblich Anfang der 1990er Jahre stattgefunden hat, überleg mal, was die bis heute eventuell machen, wenn das denn stimmt. Ich sag dir, die haben ganz crazy Stuff im Militär, ganz crazy Stuff. Schon die nächsten Fortschritte, weißt du? Die Nuklearbatterie zur Stromversorgung des Antischwerkraftantriebssystems wurde unter strengster Geheimhaltung im Rahmen des Aurora-Programms gebaut. Im Rahmen des Aurora-Programms wurden Milliarden von Dollar für die TR-3B ausgegeben, koordiniert von der NSA, der NRO und der CIA. Ja, safe, Yassin, Digga. Der sagt, Playstation 7, 8 sind auch schon fertig. Überlegt mal auch mit dieser ganzen KI und so einen Scheiß, ne? Wie weit die da wahrscheinlich schon sind. Und wir haben keine Ahnung. Man muss immer denken, die Sachen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, die sind, Bruder, die sind rückständig, wenn du es vergleichst mit den Sachen, die die eigentlich schon haben. Safe, safe. Das Ergebnis war die TR-3B-Technologie, die als außerirdisch gelten würde. Ein mit beschleunigtem Plasma gefüllter Kreis im Inneren des Flugzeugs, bekannte als Magnetfeldzerfall oder kurz MFD, umgibt den Mannschaftsraum und ist jeder derzeit bekannten Technologie in seiner Anwendung überlegen. MFD erzeugt ein Magnetfeld, das den Einfluss der Schwerkraft um bis zu 89 Prozent neutralisiert. Das bedeutet, dass das Gewicht des kreisförmigen Beschleunigers sowie das Gewicht des Flugzeugs um bis zu 89 Prozent reduziert werden. Dadurch lässt sie sich extrem leicht manövrieren. Dank dieses Wunders der Gewichtsreduzierung wäre die TR-3B auf dem Papier in der Lage, mit Mach9-Geschwindigkeiten sowohl vertikal 9-fache Schallgeschwindigkeiten. Du Scheiße. Ich finde das irgendwie gerade mies interessant. Ich bin drin. ...als auch horizontal zu fliegen, wobei ihre Leistung wahrscheinlich nur durch die biologischen Grenzen ihres Piloten begrenzt wäre. Nur durch die biologischen Grenzen des Piloten begrenzt. Ja, dann fliegt eine KI das Ding. Passt schon. ... im MFD, das all dies ermöglicht, ist ein weiteres Wunder für sich. Es wird erzeugt, indem Quecksilber bei einer Temperatur von minus 123 Grad Celsius direkt im Flugzeug auf einen Druck von 250.000 ATM gebracht wird, angetrieben von seiner Kernbatterie. Wenn es auf 50.000 Umdrehungen pro Minute beschleunigt wird, wird das gewöhnliche Plasma zu einem supraleitenden Plasma. Das Endergebnis dieses Prozesses ist die Aktivierung des MFD, das die Schwerkraft aufhebt, damit das Flugzeug fliegen kann. Vielleicht hast du das in Mexiko gesehen. Nein, nein, nein. Das, was ich in Mexiko gesehen habe, hat kein Licht gehabt und es hat sich geteilt, bro. Das hat sich während dem Fliegen einfach aufgeteilt in sieben kleine Dinger, die geflogen sind und dann hat sich das wieder zusammengesetzt und so. Das, was ich gesehen habe in Mexiko, das war safe, nicht für Menschenhand gemacht. Ich weiß das, Digga, ich fühle das. Ich kann das doch fühlen, Mann. Mensch, Jungs, vertraut mir doch einfach mal. Diese Technologie und andere Spitzentechnologien, die in der TR-3B zum Einsatz kommen, machen das Flugzeug zu einem Vorreiter seiner Zeit und zu einem Modell, das eine ganze Reihe von Möglichkeiten in sich vereint. Wenn die... Digga, das ist doch heftig. ...TR-3B... ...mit so einem Plasma-Ding in der Mitte drin, einfach Antigravitation aufsüß. ...der das alles kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auch heute noch so funktioniert und die US-Luftwaffe weiterhin prägt. Die US-Luftwaffe ist derzeit die größte, modernste und mächtigste der Welt, mit einem enormen Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. Zweitplatzierte ist China, sagst du, wa? Aber das ist doch auch nur Spekulation. Diese Vormachtstellung ist zwar zu einem großen Teil der modernen Wissenschaft und Technologie zu verdanken, doch die in der Area 51 getesteten und entwickelten Flugzeugserien gaben den entscheidenden Anstoß. Alle Fortschritte und alle modernen Stealth-Flugzeuge von heute lassen sich auf diese Flugzeuge zurückführen. Es waren die X-Planes, die die Welt veränderten. Das ist es, was X-Planes immer tun. Grenzen verschieben, um die Technologien von morgen hervorzubringen. Das erste X-Flugzeug war die Bell X-1, die 1946 von der US-Luftwaffe und der NACA, der heutigen NASA, entwickelt wurde. Nach der X-1... NACA hieß das früher? ...gab es Dutzende von X-Flugzeugen, die Dutzende von Technologien erprobten. Vorwärts gepfeilte Flügel, schubvektorisierte Supermanövrierfähigkeit, Blended-Wing-Body-Konstruktion, Tarnung und so weiter. Die X-1 war das erste Flugzeug überhaupt, das im Horizontalflug die Schallmauer durchbrach. Die SR-71 erreichte Hyperschallgeschwindigkeit oder kam dieser so nah wie möglich. Die F-117 Nighthawk... Das ist auch ein heftiger Effekt auf den Body, ne? Muss man überlegen, was das für ein Druck auf den Body ist auch. Das hat man auch gesehen bei Top Gun, der ist bewushtlos geworden und so beim Fliegen, weißt du? Das ist crazy. Ist natürlich miese Propaganda auch drin in diesem Film, ne? Ist ja klar. Aber ich finde, das ist ja wie ein Sport, ich finde den Sport crazy. Einmal mit so einem Jet fliegen, was das für ein Gefühl sein muss. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das durchziehen kann. Doch könnte man sich wahrscheinlich überwinden irgendwie. Aber ist dann auch wie beim Bungee Jump, den ich gemacht habe. Muss man dann halt vorher mit seinem Leben abschließen. Ich habe dann auch einfach mit meinem Leben abgeschlossen, weißt du? Das war es jetzt gewesen. Und dann geht das schon. Wenn du blinzelst, verpasst du es vielleicht. Es war die SR-71 oder die TR-3B Manta. Wenn du schielst, siehst du es immer noch nicht. Es war die F-117 Nighthawk oder die TR-3B Manta. Wenn die Leute vorbereiten für die Nase und so, dann gehen die doch auch in diese Dinger rein, wo das sich so dreht, wo dann diese Gehbekräfte auf einen wirken und so. Bro, es ist nicht zu unterschätzen, Alter. Wenn das real ist. Ich bin ja, ich zweifle ja an der Nase, aber weißt du, was ich meine? Wenn du genau hinschaust, wirst du aus dem... Da würde ich übel abkotzen, glaube ich. ...Daunen nicht mehr herauskommen. Es war definitiv die TR-3B Manta. Um dieses Flugzeug mit seiner immensen Vielseitigkeit und seinem Fortschritt zu würdigen, gib diesem Video ein Gefällt mir und abonniere diesen Kanal. Alles klar, mein Jutster. Ey, das war mal was ganz anderes, ne? Auf sowas haben wir noch gar nicht reagiert, glaube ich, aber ich fand das irgendwie geil. Ich fand das irgendwie cool, deswegen habe ich mir das reingezogen. Ich hoffe, ihr habt das auch genossen. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Schreibt auf jeden Fall eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Hattet ihr Ohren steif. Bis dahin. Peace out. Gang. Gang.